Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es mal um die Fortnite X Rocket League Kooperation mit dem lieben Paul. Hi. Werden wir heute mal die ganzen Gegenstände in der Villa und auch nochmal ganz kurz sagen, was es so zum Thema Belohnungen gibt. Und ich werde mal sagen, wir kommen zuerst zum Thema Villa. Da gibt es einige Gegenstände. Einmal hier diese Vitrine mit diesen beiden Autos, dem Pokal und auch einem Poster. Poster sind ebenfalls in der Villa überall verteilt und es gibt auch einen Lambo. Und der ist ja auch ziemlich zügig unterwegs, muss ich so sagen. Wir kommen aber erstmal noch zu den anderen Plakaten, die es hier in der Villa verteilt gibt. Ich glaube hier auch in der unteren Etage gibt es da noch das eine oder andere. Genau, hier noch so ein Plakat. So, das ist die Villa. Ich finde das schon ziemlich geil gemacht ist diese Villa. By the way, hier mit diesem Kran. Das ist im Feld A4 auf der Map ungefähr. Und genau, wie gesagt, fühle ich einfach, dass es da so eine kleine Event Villa gibt. Sag mal so. Okay, jetzt kommen wir aber nochmal zum Thema Belohnungen. Was es denn da eigentlich so gibt? Es gibt ein Spray, ein Backplink, einen Emote und ein Power-Streifen und Musik. Kondensstreifen und Musik, okay. Okay, der Spray sieht so ähnlich aus wie das Plakat hier, also so ähnlich. Da ist auch ein Auto drauf mit so einem Ball hier und der Emote, da gibt es, ne, ich glaube das ist das Logo von Rocket League, dieses blaue, ne? Ne, Emojicon ist das Logo von... Genau, ich kann es leider nicht einblenden. Ich muss es irgendwie ein bisschen mit dieser Villa und mit den ganzen Postern zeigen, da ich leider auf Playstation keine Bilder davon einblenden kann. Ich hoffe, das geht. Wie gesagt, wenn es irgendwie spezielle Fragen gibt, kann ich euch da auch gerne in den Kommentaren oder euch irgendwie auf Instagram was schicken. Hier haben wir auf alle Fälle noch die Autos. Die Autos kann man auch als Backplink bekommen. Das sieht dann auch 3D-Technik so aus. Genau, da sieht man halt das 3D-Modell. Einfach vorstellen, das wären die hinten am Rücken dran. Ja, auch ziemlich geil hier auf alle Fälle nochmal. Der Pokal, ist auch nochmal so ein Auto drin. Und auf alle Fälle wirklich sehr liebevoll gestaltet, ja. So, den Kondensstreifen, ich glaube, der ist auch so ein bisschen gläulich, ne? Das sind solche Vierecke, die aufeinander schweben. Genau, und dann gibt es noch eine Musik. Ja, und dieses Auto hier. Das gibt es auch noch einen anderen Style, in einer anderen Farbe. Ja, ich glaube, da gibt es noch irgendwie orange oder so, ne? Ja. Genau, orange, da gibt es auch einen verschiedenen Stil. Auf alle Fälle gibt es die bei Rocket Leach, die Challenges, ne? Ist ganz klar, da muss man die abschließen. Was zum Beispiel ist das Paul? Generell Paul kann uns da denke ich heute ein bisschen besser weiterhelfen. Ja, ich schieße Tore auf jeden Fall oder mache Paraden. Okay. Ja, also so Tore schießen, Siege machen und so weiter. Und dann kann man halt, wenn man sich dann verbindet mit Fortnite, mit dem Epic Games Account, kann man dann quasi, genau, die Belohnungen in Fortnite erhalten. Gute, Paul, gibt es noch was, was wir vergessen haben zu sagen? Äh, ich will auch was sagen, extra. Darf ich das? Na klar, kein Problem. Ja, es gibt dann noch, also wie man sich dann mit dem Konto verbindet, beim Epic Games Konto mit dem Rocket Leach. Da kriegt man am Anfang so eine Meldung rein und dann kann man sich dort, ähm, muss sein User Name eintragen und sowas und dann kann man sich dort noch mit verbinden. Alles klar. Ja, ich habe das noch nicht gemacht, deswegen bist du wirklich der perfekte Ansprechpartner dafür. Ja, wie gesagt, der Lambo ist auch, boah, muss ich sagen, der fährt, aber auch so schnell wie die eigentlich von Tony Stark, ne? Ich habe auch gerne noch mal der Rocket Leach-Logo, äh, denkst du, die Aufschrift, dass man es auch noch mal erkennen kann. Den gibt es aber noch einmal im Game, ne? Nur bei der Villa hier. Ja, genau. Gymnasium Gas. Geht auch mit Turbo. Ja, warte, ich will auch noch mal ganz kurz fahren, dass man sieht, wie schnell da fahren kann. Also, ja, als Beifahrer, äh, ordentlich schnell das Ding. So genau, ja genau, ich fahre. Okay, dann teste ich das auch noch mal, pust und halten, genau. Ja, also 90 kann man auf alle Fälle damit fahren. Ja. Ehrenwert. Okay, das ist doch, dingsgleich alle. Zum Glück ist das eine Tankstelle. Gut, das soll es aber dann auch erstmal gewesen sein mit dem Video. Wenn es da Fragen gibt oder es irgendetwas gibt, was ich vielleicht oder was ich und Paul nicht angesprochen haben, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare posten, genau wie Verbesserungsvorschläge. Und in diesem Sinne würde ich sagen, was ist mit dem Video. So, lasst, wenn ihr möchtet, gerne mal ein Abo und ein Like da. Aktiviert an die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In dem Sinne, Leute, euch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Streamer der Video. Und tschaui.